Was geht ab, Amigos? Und willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch meinen Knurr-Sprite für Pokémon-Stallen der Diamant und Pokémon-Leuchtende Perle vor. Also ganz einfach, sehr, sehr gute Knurrs machen. Ich gehe euch auch nochmal auf meine Rezepte ein für ein Level 100er Knurrs. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ja, falls euch dieses Video gefallen sollte, vergesst nicht zu abonnieren, lasst noch einen Daumen nach oben da und schaut auch bei Twitch vorbei, denn das für mich immer Montags-, Mittwochs- und Freitags-Abstands-Tour mit euch und für euch Pokémon. Und wenn ich sage, genug Schneidballack, fangen wir direkt an mit dem Video. So, ihr fliegt am besten nach Herzhofen, falls ihr noch nicht in der Knusperei wart. In der Knusperei bekommt ihr die ganzen Sachen, die ihr fürs Knuspkochen bzw. Knuspbacken braucht. Auf jeden Fall spricht ihr da auch die Frau an, wenn ihr hier kochen wollt. Drückt auf Kochen und dann sehen wir unsere Bärentasche. Die Bären, ganz einfach, ich sage es euch nochmal ganz kurz. Es gibt verschiedene Geschmäcker, es gibt Bitter, Herbst, Sauer, Scharf und Süß. Und Bitter ist für Klugheit, auch für die Spezialverteidigung. Herbst für Schönheit, Spezialangriff, Sauer, Stärke, Verteidigung, Scharf, Coolness und Angriff. Und Süß für Putzigkeit und die Initiative. Da wählt ihr am besten die Bären, die am besten zusammenpassen. Also Scharf zu Scharf, Sauer zu Sauer, Herbst zu Herbst, Bitter zu Bitter, Süß zu Süß und niemals mischen. Ihr könnt das machen, ja, aber dann würde ich sagen, gebe ich euch noch den nächsten Tipp, den ihr auf jeden Fall zum Kochen braucht. Und zwar niemals zweimal die gleichen Bären verwenden. Weil wenn ihr schon mehr als einmal die gleiche Bäre verwendet, also sagen wir zweimal die gleiche Bäre oder dreimal die gleiche Bäre, der Knust wird auf jeden Fall nicht lecker sein und auch für den Spoken und ungenießbar. Deswegen verwendet da immer unterschiedliche Bären, wie gesagt, immer scharf zu scharf, süß zu süß und so weiter. Dann fangen wir mit dem Kochen an. Und da kann ich auch euch einen Tipp geben, umso schneller ihr rührt, umso schneller seid ihr fertig. Da müsst ihr aber auch aufpassen, dass der Knust nicht anbrennt, dass ihr mit dem Teig aufpasst, dass er nicht überläuft, weil aus einem einfachen Grund, umso oft, also um öfter der Teig überläuft oder der Knust anbrennt, umso niedriger wird das Level. Also es ist wiederum beeinflussbar auf das Level. Und ich gebe euch jetzt auch nochmal meine Level 100 Rezepte. Die gebe ich euch auch nochmal ganz kurz durch, die blende ich hier auch hier ein. Und zwar Level 100 Rezepte für Scharf und Coolness, Enigma-Bäre, Lithia-Bäre, Rosel-Bäre, Tahai-Bäre. Für Bitterklugheit die Alpfel-Bäre, Jaboka-Bäre, Lingan-Bäre und die Tahai-Bäre. Für Herb, also Schönheit, die Apiko-Bäre, Enigma-Bäre, Lingan-Bäre, Wunfru-Bäre. Für Sauer, das beeinflusst die Stärke, Apiko-Bäre, Jaboka-Bäre, Rosel-Bäre und die Salka-Bäre. Und zu guter Letzt für Süß, also für Putzigkeit. Die Alpfel-Bäre, Lithia-Bäre, Salka-Bäre und die Wunfru-Bäre. Das sind die Rezepte, die solltet ihr, die vier werden, solltet ihr jeweils perfekt zusammen kombinieren. Und dann kriegt ihr auch ein Level 100er Knurrspin. Ist wirklich sehr, sehr einfach. Und wirklich, ich habe am Anfang so lange dafür gebraucht. Und ich finde auch leider, haben die es auf der Switch-Variante, also für Puppen und Schranne, Diamanten, Leuchten und Perle bei den Remakes, haben die das Knurrspacken leider uns erschwert, weil man muss es ja mit den Joy-Cons hier, muss man hier die ganze Zeit rumdrehen. Und ich finde das viel, viel schwerer, weil beim DS-Kons du es einfach mit einem Touchpad machen. Wir haben hier auch ein Touchpad auf der Switch. Ich weiß nicht wieso, weshalb wir die es nicht gemacht haben. Aber gut, so kriegt ihr auf jeden Fall Level 100er hin. Level 100er Rezepte. Die sind ganz, ganz einfach zum Nachmachen. Probiert es auch auf jeden Fall selber aus. Ich hoffe, es hat euch sehr gut geholfen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht noch ein Abo dazulassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Adios, amigo. Ciao, ciao. 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 Ciao.